Und jetzt werde ich schon wieder gebannt. Verdammte Sch***, Mann, jetzt entbann mich doch! Devin, wie beginnt man so ein Video? Also, es ist unbeschreiblich, es ist unbeschreiblich. Es ist einfach toll, dich leiden zu sehen. Also, ich sag's kurz und knackig, Freunde. Ich wollte heute eigentlich nur ganz entspannt und ganz in Ruhe eine Grundstücke bewährten Folge aufnehmen. Aber nicht mit mir. Ja, da hat mir der gute Devin leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich muss gestehen, es ist echt lustig geworden. Das muss man wirklich sagen. Also, schaut euch das Video auf jeden Fall an. Ich stand kurz vor der Verzweiflung. Devin hat mich die ganze Zeit einfach gebannt. Und ich wusste nicht, dass er mich gebannt hat. Es ist einfach nur geil geworden. Schaut euch das Video an. Wenn ihr wollt, dass ich den guten Devin mal zurückpranke, dann lasst ihr mal einen Daumen nach oben da auf jeden Fall. Und dann war's das jetzt mit dem Video. Ne, was rede ich? Das war doch nicht mit dem Video. Dann geht's jetzt erst richtig los mit dem Video. Viel Spaß dabei. Okay, Devin. Ich nehme jetzt auf jeden Fall schon auf. Du bist hier sogar schon direkt vorne. Bist du bereit? Ja. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, let's go. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute mal wieder auf meinem Server. Durchrasten.de mit dabei ist heute. Natürlich auch mal wieder der gute Devin. Und ihr wisst, was das heißt. Heute nehmen wir eine Folge Grundstücke bewerten auf. Hä? Ich bin gebannt worden. Gebannt? Ja. Da steht Grund. Java Exception. 4281. Please contact an administrator. Traitor. Junge, wer bannt mich denn jetzt? Loll, warte. Ich hab dich entbannt. Ja, aber ich hab im Chat auch keine Bann-Nachricht gelesen. You are already locked onto the server. Du hast keine Nachricht gesehen. Nee, ich hab keine Nachricht gesehen. Guck nochmal genau nach. Nee, ich kann keiner bannen. Hä? Ich bin nichts. Junge, warum... Und der Bann-Runde... Ich bin immer noch gebannt. Ich hab dich dann entbannt, warte. Warum bin ich denn... Warum bin ich denn gebannt, Junge? Ich hab dich nochmal entbannt. Das steht immer noch. Ich bin nicht... Jetzt steht da, you are already locked onto the server. Immer, wenn man aufnehmen will. Es ist wirklich so. Immer, wenn man aufnehmen will, ist irgendwas. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, kurz warten, bis ich rejoinen kann. Oh Gott, das Junge, das ist jetzt so abfuck, ne? Easy, wir haben Zeit. Okay. Jetzt bin ich drauf. Jetzt bin ich drauf. Okay, lass es einfach... Lass es einfach nochmal von vorne aufnehmen, okay? Jo, ich bin am spawnen. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist heute natürlich auch mal wieder der gute LeDevin. Und ihr wisst, was das heißt. Heute nehmen wir eine neue Folge Grundstücke bewerten auf. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch Grundstücke bewerten gefällt, lasst hier auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und du, Devin? Ich bin auch gespannt. Was geht? Hallo erstmal. Junge, Devin. Ich bin schon wieder gebannt. Jetzt steht da Errorcode. Nein, das Ding ist... Nein, das Ding ist... Stopp mal, Devin. Wer bannt mich denn? Das kann... Das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Jetzt will ich einmal aufnehmen. Jetzt werde ich die ganze Zeit gebannt. Was steht da genau? Was für Error? Da steht... Errorcode 48581. Please contact an Administrator. Das habe ich noch nie gesehen. Warte, ich entbande, ich entbande. Ja, bist du entband? Nein, ich bin nicht entband. Hä? Doch. Warte. Slash, entband, SkyGuyTV. Jetzt. Nein. Hä? Junge, ich schwöre, ich habe dich entband. Bin ich entband. Junge, ich sehe es doch hier. Ich komme nicht auf den Server, Mann. Ja, aber ich stelle jetzt gerade dreimal an. Ja, jetzt kommt wieder You're already locked onto the Server, Mann. Nils ist natürlich auch gerade nicht da, ne? Könnte man ihn mal fragen, ne? Ja, der kommt, glaube ich, erst um 14 Uhr oder so. Junge, da will man einmal aufnehmen, ne? Und du siehst wirklich nichts im Chat. Es ist immer so. Okay. Ich bin ja auf jeden Fall wieder auf dem Server. Sehr gut. Naja. Alle guten Dinge sind drei. Wollte ich gerade sagen. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Dann nehmen wir es jetzt einfach nochmal von vorne auf. Okay. Bereit? Okay. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist heute auch natürlich mal wieder der gute Lee Devin. Was geht, Devin? Was geht? Ach, hier bist du. Hier bist du. Wir nehmen heute eine Folge Grundstücke bewerten auf. Hast du Bock, Devin? Ja, ich hab immer Bock. Okay. Das freut mich doch. Das freut mich doch. Also. Ihr wisst, was zu tun ist, Freunde. Wenn euch Grundstücke bewerten gefällt, lasst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann wissen wir, dass wir mehr Folgen Grundstücke bewerten bringen können. Und nein, das Ding ist jetzt rastlich gleich aus. Ich bin gerade gebannt worden wegen Flying is not enabled on this server, man. Gebannt? Dafür wird man nur gekickt. Ich bin gebannt. Und auch permanent. Warum? Okay, warte. Das Ding ist, ich warte. Warum bin ich gebannt? Ich hab keine Ahnung. Junge, das ist, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist doch eine Verarsche. Machst du irgendwas? Junge, ich mach gar nichts. Ich bin ganz normal unterwegs, man. Deswegen fuck es mich ja auch so ab. Weil ich mach nichts, nichts, nichts anders. Ja, gut. Ich bin immer noch gebannt. Ich hab dich entbannt. Hä? Ich bin immer noch gebannt. Irgendwann, was machst du denn? Ja, da steht im Chat Unbunnen, aber du bist nicht entbannt. Jetzt aber, jetzt aber. Unbun SkyGay TV. Ich bin immer noch gebannt. Hä? Devin, verarschst du mich gerade? Nein, ich verarsch dich nicht. Und jetzt ist das dritte Mal. Hier, Unbun SkyGay TV. Jetzt musst du aber draufkommen. Okay. Ja, da steht wieder gerade, you're already logged onto the server. Das heißt, wieder kurz warten. Das ist richtig. Ja, das Ding ist, das nervt. Willkommen im 21. Jahrhundert. Junge, Devin, ich bin immer noch gebannt. Ja, du bist entbannt. Ich bin gebannt, da steht da. Sag mal, das Ding ist, was ist eigentlich heute los? Ich habe jetzt das vierte Mal slash Unbunnen eingegeben. Im Chat steht immer, Geiger TV von Devin, Unbunnen. Der bin ich gleich so durch. Ich will doch nur aufnehmen, Mann. Das passiert immer, wenn man aufnehmen will. Okay, ich bin entbannt. Ich bin entbannt. Und du gibst wirklich slash Unbunnen ein? Ja. Hundertprozentig. Ja. Du verarschst mich jetzt gerade nicht. Nein, und das Ding ist, wenn du... Weißt du, Junge, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen, Mann. Das Ding ist, wenn du jemanden entbannt, dann steht da ja grün im Chat, bla bla bla, wurde von bla 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 entbannt. So, und wenn du jemanden nicht entbunnen kannst, steht da, dieser Spieler ist nicht gebannt. Aber es stand jetzt bei dir viermal hintereinander anbannt. Also, du wurdest viermal, als du offline warst, wieder gebannt, als ich dich anbannt habe. Ich werde jetzt, ich werde jetzt, ich warte jetzt, ich warte jetzt mal kurz. Ich nehme jetzt nicht schon wieder die Aufnahme auf, nicht, dass ich gleich schon wieder gebannt werde. Ja. Und es ist ja auch, du siehst wirklich nicht, dass mich jemand bannt, ne? Ne, im Chat steht gar nichts, nichts. Junge, das ist so komisch. Ja. Nils kommt ja auch gleich erst, also. Ja, das dauert noch. Ich bin auch echt ratlos, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann Nils uns gleich mal weiterhelfen, vielleicht hat der da eine Erklärung für, aber. Ich habe absolut gar keinen Plan, Mann. Also, irgendwie, ich werde jetzt nicht gebannt, ne? So, lol, ja, dann lass nochmal probieren, oder? Also, keine Ahnung, ich will den Teufel jetzt nicht an die Wand malen, aber. Könnte natürlich sein, dass es jetzt vorbei ist. Ja, dann lass mal probieren. Okay. Okay. Welcher, der wievielte Versuch ist das, der vier? Alle guten Dinge sind fünf oder vier, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Okay. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist heute mal wieder der gute LeDevin. Und ihr wisst, was das heißt. Leute, nehmen wir mal wieder eine neue Folge Grundstücke bewerten auf. Hast du Bock, Devin? Ich habe immer Bock, was geht? Freut mich auf jeden Fall. Ihr wisst, was zu tun ist, Freunde. Wenn euch Grundstücke bewerten gefällt, lasst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann wissen wir, dass euch solche Videos gefallen. Und dann würde ich sagen, Devin, legen wir doch einfach mal los, oder? Okay, dann das erste Grundstück ist vom Lieben. Ja, Devin, ich bin schon wieder gebannt worden, Mann. Ich bin schon wieder gebannt worden, Mann. Sag mal was. Junge, ich scheiß gleich einfach auf die Aufnahme. Nehmen Sie später nochmal wieder auf. Kommt immer derselbe Band rund? Was? Kommt immer derselbe Band rund? Ne, ne, jetzt steht. You walked too fast? This is unusual. 4, 2, 8, 5. Hast du Slash Speed angekommen? Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ganz normal so aufgenommen, wie ich immer aufgenommen habe. Und ich werde dauernd gebannt. Okay, das ist... Ja, jetzt steht auch wieder. Entbann mich auf jeden Fall, Mann. Ja, habe ich gemacht. Warte, ich gebe es nochmal ein. Das Ding ist, ich habe es jetzt nochmal eingegeben und da kam jetzt nochmal an Bann. Also irgendwie wirst du mehrmals gebannt, wenn ich nur einmal... Sag mal, Devin, ich bin immer noch gebannt. Ja, warte, als ob. Slash an Bann SkyGuy TV. Ja, an Bann. Devin, mein Geduldsfaden reißt gleich. Ich bin immer noch gebannt. Slash an Bann SkyGuy TV. Dieser Spieler ist nicht gebannt. Ne, du bist nicht gebannt. Probier nochmal. Ich bin immer noch gebannt. Hä? Warte. Wenn ich Slash an Bann eingebe, dann kommt nichts. Also wirklich nichts. Also dann kommt da... Du kannst diesen Spieler nicht entbannen. Oh, junge Devin. Warum bin ich... Warum kannst du mich denn nicht entbannen? Weil du nicht gebannt bist laut System irgendwie. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin gebannt. Ja, aber wenn ich Slash an Bann eingeben steht da, SkyGuy ist nicht gebannt. Ich spams gerade hier. SkyGuy ist nicht gebannt. SkyGuy ist nicht gebannt. SkyGuy ist nicht gebannt. Ja, jetzt bin ich auch nicht mehr gebannt. Jetzt komm ich drauf. Was ist das denn? Das hatte ich noch nicht einmal. Ja, das ist echt krass. Das hatte ich noch nicht einmal. Das ist halt auch gerade so witzlos, weißt du? Ja, ich weiß das. Und auch immer, wenn ich anfange aufzunehmen. Ja. Okay, ich werde jetzt einfach noch einmal aufnehmen. Und wenn es dann... Ich werde jetzt einfach noch einmal aufnehmen. Ja. Okay. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist heute mal wieder der gute Lee Devin. Was geht? Was geht? Hi. Hast du Bock? Wir nehmen heute nämlich eine Folge Grundstücke bewerten auf, habe ich gehört. Ja, immer, Alter. Immer. Also, ihr wisst auch, was zu tun ist, Leute. Wenn ihr Bock auf mehr Grundstücke bewerten habt, lasst ihr einen Daumen nach oben da auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Devin, fackeln wir gar nicht lange, sondern legen direkt los mit dem ersten Grundstück. Okay, das erste Grundstück. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr wieder so für uns am Start habt. Also, Grundstücke bewerten ist immer echt auf jeden Fall interessant. Ich komme auf jeden Fall zu dir. Ach so, bist du noch gar nicht bei dem Grundstück? Nee, warte, ich muss gerade aus der Liste kurz raus. Eine Sekunde, ich habe gerade die Liste dazu gemacht. Moment. So, okay. Der erste, zu dem wir heute hingehen. Und zwar gehen wir heute aus der Liste ein paar raus. Aus den Kommentaren habe ich ein paar rausgeschrieben. Und das ist der erste, ist Rene Craft. Okay, dann gehen wir doch mal zu Rene Craft. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Freunde. Ich versuche gerade... Das Ding ist... Ja, ich bin schon wieder gebannt. Weißt du, ich wollte gerade den Leuten erzählen, dass ich versuche, zum fünften Mal aufzunehmen. Und jetzt werde ich schon wieder gebannt. Was geht als denn? Hab dich entbann. Das ist ja ein Witz jetzt. Devin, ich habe keinen Bock mehr, Mann. Was ist das denn? Was ist das? Nochmal probieren. Verdammte Scheiße, Mann. Jetzt entbann mich doch. Hab ich. Du bist entbann. Ich bin nicht entbannt. Anbann SkyGuyTV. Enter. Dieser Spieler ist nicht gebannt. Junge, Devin, du verarschst mich doch. Nein, ich... Verarsch mich jetzt nicht. Ich spam hier gerade rein. Dieser... Es kommt die ganze Zeit, dieser Spieler ist nicht gebannt. Ja, ja. Ich bin hier aber gebannt. Devin. Ja. Devin, das Ding ist... Hier steht, du bist nicht gebannt. Devin, du verarschst mich doch. Jetzt laber doch keine Scheiße. Ich schicke dir einen Screenshot im TeamC. Guck her. Ich schicke dir einen Screen. Hier. Ja, jetzt bin... Jetzt bin ich auch wieder... Ja, 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 Devin. Jetzt bin ich auch entbannt, ne? Ich hab's drei oder viermal eingegeben. Nein, wirklich. Devin. Soll ich dir einen Screen von meinem Chat schicken? Einen Screen von meinem Chat schicken? Das Ding ist, Devin, ich werde jetzt... Ich nehme jetzt einfach... Ich nehme jetzt nicht auf, bis ich wieder... Ich nehme jetzt nicht auf. Was soll das? Es ist einfach sinnlos. Lass es nochmal probieren, komm. Junge... Ja, das Ding ist... Ich weiß auch... Irgendwas muss ich ja machen. Okay, wir ziehen es schnell durch. Pass auf. Ja. Das ist der letzte... Das ist der letzte Versuch. Und dann lass es schnell aufnehmen. Das ist das zehnte Mal, dass ich das gleiche sage, Mann. Freut mich. Freut mich, dass ihr... Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute mal wieder auf meinem Server und... Ich wusste es, Devin. Ich wusste es, Devin. Devin, du bist ein... Du bist... Du bist einfach... Ja. Wer hat mich die letzten zwei Mal geprankt, hä? Hä? Junge, Devin. Ich habe echt sehr schön gewartet. Ich habe ein bisschen aufgesprochen. Aber das zerrt doch so an meinen Nerven. Ja, aber sieh es doch mal positiv. Jetzt hast du immerhin ein gutes Video. Einen guten Prank. Ich habe es halt alles aufgenommen, ne? Das Ding ist... Ich habe es mir echt schon fast gedacht, ne? Weil diese Banngründer, ne? Die haben dich schon ein bisschen verraten, Devin. Weißt du das? Das Ding ist, ich hatte ein bisschen Schiss, dass du so nach dem zweiten oder dritten Mal checkst, so, ey, das Ding ist, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein, weißt du? Oder ich hatte auch Schiss, dass du die Aufnahme komplett neu beginnst. Dass du quasi aufnehmen, stoppen drückst, weißt du? Dass du quasi... Dass es kein richtiges Video dann würde. Ne, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe genau aufgenommen. Oh, Devin, was machst du denn für Sachen? Vor allem, wer rechnet denn auch damit? Das ist auch schon wieder so. Naja. Also man muss ja wirklich... Ja, das hat es genommen, würde ich sagen. Das heißt, ach ihr, ihr seid jetzt ja, ihr seid jetzt ja auch gerade quasi da. Naja, man muss Devin ja schon zu Gute heißen. Ich habe ihn schon öfters geprankt, als er mich. Also komm, gönnen wir ihm das doch einfach mal. Also Devin... Beim nächsten Mal würde ich mir überlegen, wen man so pranken würde. Vielleicht, vielleicht solltest du demnächst mal nicht Devin pranken, weil bei Devin gibt es immer so einen Prank zurück. Naja, Leute, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, was zu tun ist. Wenn ihr eine gute Idee habt, wie ich den guten Devin mal pranken kann, dann ab damit in die Kommentare auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bei 3000 Likes wird der gute Devin mal wieder geprankt. Oder was meinst du, Devin? Ich würde sagen, Devin wird gar nicht mehr geprankt, ey. Ja, also ihr wisst, was zu tun ist, Freunde. Ja, dann war es das jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Mann 70. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.